Als Pädagogin machst du irrsinnig viele verschiedene Sachen. Jeder Tag ist anders und genau das hat mir so gedaugt. Und dort habe ich dann auch gemerkt, was ich eigentlich wirklich machen will und was so mein Kindheitstraum immer war. Und das war Künstlerin mit der eigenen Kunstgalerie sein. Ich bin die Carina Schubert, ich bin Künstlerin aus Wien und war Fellow 2019 im Kindergarten. Ich habe Kommunikationswirtschaft studiert und Unternehmensführung an der FH Wien und habe im Interior Design und im Kommunikationsbereich gearbeitet. Und nebenbei immer gemalt. Und das war immer so dieses Hobby und der Glaubenssatz, das ist nichts Gescheites, das muss dein Hobby bleiben. Und war aber dann irgendwo auf dem Weg nie immer ganz glücklich, weil ich das Sinnvolle und das Leidenschaftliche irgendwie vermisst habe. Und bin dann über mehrere Ecken auf Teach for Austria gestoßen und auf eben das erste Jahr im Kindergarten und wollte da dabei sein. Und war dann im Kindergarten und habe gemerkt, wie dieser Raum im Kindergarten so ein schöner, freier ist, wo sich die Kinder wirklich entfalten können in ihrem eigenen Tempo, wo es noch keinen Lehrplan gibt. Also es gibt einen Kompetenzplan, aber es gibt nicht irgendwas, was sie jetzt jeden Tag machen müssen. Und habe da auch gemerkt, wie ich mich mehr öffne und meine eigenen Potenziale entdecke. und auch dieses Tausendsasser-Sein, weil als Pädagogin machst du ja irrsinnig viele verschiedene Sachen. Jeder Tag ist anders und genau das hat mir so getaugt. Und dort habe ich dann auch gemerkt, was ich eigentlich wirklich machen will und was so mein Kindheitstraum immer war. Und das war Künstlerin mit der eigenen Kunstgalerie sein. Und das habe ich jetzt. Das hat mich dann wirklich dazu gebracht, meinen ganzen Mut zusammenzunehmen, mir auch Unterstützung zu holen. Das haben wir auch bei Teach for Austria immer gehabt, einen Coach, eine Coaching als Unterstützung und auch ein Netzwerk. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir mein Netzwerk zusammengesucht, ich habe mir Unterstützung geholt und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe die Kunstgalerie hier eröffnet, im 23. Bezirk in Wien und auch einen Online-Shop aufgebaut und möchte mit meinen Bildern auch Menschen inspirieren, tagtäglich ihren eigenen Weg zu gehen. Zusätzlich zur Galerie mache ich auch, noch die Ausbildung zur Elementarpädagogin, weil mir das einfach ein Anliegen ist. Ich habe im Kindergarten auch gemerkt, dass es da wirklich einen Bedarf gibt, dass dieses ganze Elementarpädagogik-Feld mehr in die Zukunft kommt, dass die Rahmenbedingungen besser sind. Und im Februar bin ich dann auch fertig ausgebildete Elementarpädagogin, möchte mich da im Feld engagieren und möchte auch uns und die Pädagogik miteinander zusammenfließen lassen, hier in der Galerie auch Angebote für Kinder machen und auch das Soziale noch mehr hineinbringen. Also da gibt es noch viel zum Entscheiden und zum Tun, aber ich freue mich schon sehr auf alles, was jetzt die Zukunft bringt und meinen eigenen Weg dazu gehen.